So, hallo, hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. So, Playstation 1, Retro-Gaming ist mal wieder am Start. Wir zocken heute ein uraltes Spiel, Mega Man 8, kam damals im Dezember 1996 raus von Capcom. Also ist auch schon ein älteres Spiel, 1996, Mega Man 8. Und da schauen wir heute mal rein. Da ist er, der gute Kerl. Wir gucken kurz ins Intro rein. So eine kleine Vorstellung von Mega Man 8. Wie gesagt, ist auch schon ein älterer Teil. Die ganze, es gibt ja die neueren Teile von Mega Man X. Mega Man X 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Die sind natürlich alles ein bisschen moderner und so. Die haben wir dann dementsprechend auch hier. Werden wir auch natürlich in naher Zukunft antesten. Und heute vergnügen wir uns auch mal hier mit Mega Man 8 hier. Da ist der Hund, da ist der Professor gewesen. Also Mega Man war zur Kindheit eigentlich echt geil. Muss man schon sagen. Ich glaube, der allerneueste Teil ist Mega Man 11. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe schon welche näher. Mega Man 11 müsste der neueste Teil sein. So, dann gucken wir mal rein. Okay, starten. Wir gucken an, was passiert ist. Ah, der Bösewicht. Okay, die zwei Mächte treffen aufeinander. Und dann zerbrach das Universum. Wow. Das ist die Erde so, wie es aussieht, oder? Ja. Ich leide auf Englisch. Ich habe es auch nie auf Deutsch. Ich bin immer auf Englisch. Ja, du musst dich um die andere Zeit. Man. Ich bin zurück. Ich bin zurück, werden das früher gesagt. Terminator, oder? Arnold Schwarzenegger. Die Totenkopf-Insel. Das ist der Professor, der uns dementsprechend Kräfte geben kann. Okay. So, loading. Wir starten Megaman 8. So. Laufen, hüpfen, schießen. Mehr kann das nicht. Laufen, hüpfen, schießen. Oh je. Okay. Hoppala. Nicht durch. Wir müssen ein bisschen mehr aufpassen. Hoppala. Aha, unser treuer Begleiter. Professor. Okay, wir klicken das mal hier durch. Ah, wir kriegen eine neue Fähigkeit. Okay. Wir können uns verwandeln. Fähigkeiten wechseln. Okay. Was ist das hier? Ui. Ist das ein Bonus-Level, oder was ist das hier? Kenn ich gar nicht. Sieht glatt so aus, oder? Ah, ich kann schwimmen sogar. Oh. Wo geht's da hin? Aha. Keine Ahnung, was das war. Hup. Hallo. Ui. Okay. Aber. Weiße, Mann. Was ist, wenn wir da einfach draufbleiben? Das ist so eine Art Portal, hä? Jetzt geht's wieder hoch. Geilo. Okay, okay, okay. Ich bin bestens über Mario, wenn man in so eine Röhre reingeht. So eine kleine Bonus-Welt. Aha. Oh. Hallo. Penner. Ui. Scheiß Fliegenteil. Ah, das sieht stark nach, äh, Zwischenboss aus. Sehr stark. Ja. Okay, mal gucken, was er kann. Hm, ne Krabbe. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ah. Wir haben es drauf, oder? Leck mich am Arsch. Hey, das war er, hä? Sehr geil. War also einfacher wie gedacht. Ah. Der böse Professor. Das war er. Das war's. Es ist vorbei, Whiteley. Das war's. Das war's. Jetzt ist der Welt mir. Galaxia. Der Professor wieder. Hi, hi, Doktor. Die huschen schnell hinterher. Ähm, safe. Natürlich saven wir das. Memorykarte 1. Jupp. Überschreiben. Sehr schön. Die erste Welt erfolgreich hinter uns gelegt. Was haben wir hier? Das Professor sein Zuhause. Und hier haben wir die verschiedenen Welten. Das haben wir ja gerade abgeschlossen. Wir machen den da. Let's do it! Keine Ahnung, ob das eine Fehlentscheidung war, aber wir schauen einfach mal rein. Keine Ahnung. Tenchu Man. Ah, okay. Ready. Scheiße, Mann. Oh. Aber, war ja klar. Oh, was ist das? What the fuck? Schwierig. Okay. Ah, Scheiß Wind. Oh. Okay, wir waren zu schnell. Oder zu hastig. Oder zu langsam. Zu schnell? Hm. Wir schauen noch mal rein. Wer noch. Weiß, Mann. Uh, hallo, 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 hallo. Also, bitte. Total. Scheiße. Der Wind hat uns runtergetrieben. Soll jetzt keine Ausrede sein. Wir sind einfach zu doof. Besser aufpassen. Scheiß Dreck. Solche Drecksviecher. Verarscht uns das jetzt? Hallo. Okay, okay. Wir müssen aufpassen, echt. Die gehen ab und zu hoch und ab und zu runter. Scheiß Dreck. Okay. Was haben wir hier? Scheiße. Geht nicht. Hä? Ah, okay. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit denen scheiß Blasen dann hängen bleiben. Können wir nicht schneller hoch? Nee, geht nicht, gell? Soll aber aufpassen. Uh. Ah, ja. Ah, problemlos. Ah, scheiße. Ah. Hallo. So eine Arschratte. Ah, ja, klar. Continue, natürlich continue. Aber muss man jetzt wieder von vorne? Ah, ja, klar. Hey, wir gucken gleich in ein anderes Level. Das können doch gelackt sein. Das ist scheiße. wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. wir müssen aufpassen sonst treibt uns der wind echt runter legt mir marsch fast wieder gestorben geht es hoch geht das ok so ein bisschen besser vorbereitet aber noch ein bisschen dass da keinen kontrollpunkt gibt echt grausig flexi ich komme ich schaffte ich komme es gibt es jetzt was ist von schaffe ich das ja schaffe ich das war gefährlich halber herzinfarkt jetzt steuere ich das auch noch aber scheiß dreck wechseln was haben wir jetzt ein kumpel wo uns hilft oder was ja klar geilo voll konzentrierte alter das spiel von 1996 macht mich zu schaffen total leckte nein hallo hallo ok deswegen noch ein kumpel wir kriegen noch ein kumpel wir kriegen noch ein kumpel das sind drecksviecher jetzt auch zwei noch oder wie wir haben es aber der boss fällt noch der boss fällt das ist glaube ich ein kontrollpunkt oder kumpel kumpel Schnell. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Jawohl. Au, 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 au. Au, au. Schnell weg hier. Schnell aus den Gaswolken hier raus. Jawohl. Wir brauchen Leben. Könnte sein. Wir brauchen echt Leben. Geht's richtig ab hier. Was ist denn das für dreckssicher? Okay. Hallo. Wir brauchen Leben. Wir brauchen Leben. Wir brauchen Leben. Ich wollte gerade sagen, es kriegt man locker und locker hin, aber scheiße war's. Okay. Zweiter Versuch. Jetzt kriegt man es aber hin. Wir sind besser vorbereitet. Oder auch nicht. Scheiße. Wir haben bloß den scheiß Köder. Wir haben keine Unterstützung. Dreck. Schlecht. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Hallo, 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 hallo. Ich möchte gern Unterstützung wieder haben. Da. Jawohl. Oh, wer ist das? Cool. Geil. Da gefällt mir. Da gefällt mir. Der Typ gefällt mir. Geile Unterstützung. Geil. Jawohl. Jawohl. Geil. Oh. 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 haben wir aufpassen wir sind noch nicht es sind noch nicht raus hier leben ist auch nicht so geil kommt noch was jetzt kommt bestimmter in bus und wir haben kein leben schon wieder die scheiße hallo super so bleib fort okay 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 ist das für eine scheiße hier oben wie weit geht es rum okay okay aha naja geht wir haben es drauf auch immer noch leben scheiße na ja klar wenn noch immer auch leben auch echt leben was ist das da unten ist das da unten leben aber auch echt leben raus komm geh hoch ok 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 spiel mach mich zu schaffen du ich bin jetzt auf dem buch kann ich darüber obszen ja ja ok ah ja wie weit muss ich zurück wie weit muss ich anfangen Ah, das ist okay. Aber scheiße. Aber scheiße. Egal. Voll alle verwischt, glaub ich. Hopp. Hopp. Okay, 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 okay. Wir haben es drauf. Wir haben es echt drauf. Hup. Hopp. 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 Und hopp. 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 Hoppa. Uh. Puh, 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 puh. Okay, okay, okay. Ah. Zwischenboss, ha? Sieht stark so aus. Ja. Da kommt er. Da kommt er. Penner. Scheiße. Hallo? Uh. Ah. Hier. Hier. Oh, das machen wir nochmal. Okay, das machen wir nochmal, wenn er, wenn er so angeflogen kommt, müssen wir hüpfen. Ha, war's schwierig, war's schwierig. Den schaffen wir noch hier in der Sendung, heile zack, in der Folge. Komm, Baby. Ah! 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 Komm, aufgeladene Schüsse machen wir da jetzt. Ah! Tornado Spin! Das Schafen, komm, die Drecksau, die ähle in die Gäste. Oh! Ah! Ah! Komm, 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 komm! Einmal noch! Jawoll! Ähm! Der hätte uns aber auch bloß noch einmal treffen müssen, wenn wir auch tot. Aber wir haben es geschafft. Hehehe! Jetzt haben wir den, äh, Tornado Spin. Ja. Tornado Hole haben wir jetzt neu. Save the game. Memory Card 1, natürlich. Jopp. Hopp. Äh, überschreiben. Ja. So. Jetzt gucken wir noch kurz zum Professor und da denke ich mal, haben wir relativ viel gesehen. Die zwei da haben wir. Und die fehlen noch. Wir gucken mal zum Professor, was der hat. Ach, da kannst. Powerschild. Kannst Sachen kaufen. Okay. Okay. Du hast so einen Einkaufsstopp. Okay. Alles klar. So. Ich denke mal, jetzt haben wir einen ganz guten Eindruck gehabt von Megaman 8. von 1996. In diesem Sinne. Like Button wie immer. Penetrieren nicht vergessen. Glocke aktivieren, wenn ihr möchtet. Könnt ihr gerne kostenlos. Versteht sich. Ein Abo da lassen. Wir werden natürlich die neuen Teile, die Megaman X Teile auch spielen. Ich habe, äh, ich müsste 3, 4 und 5 da haben. Müsste ich aber nochmal schauen. In diesem Sinne. Haut rein. Bis zur nächsten Retro-Folge. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.